Der Bestseller-Sale im Ubisoft-Store hat begonnen. Bis zum 1. März warten auf dich diverse Aktionen und Angebote zu den besten Ubisoft-Spielen. Du kannst bis zu 75% sparen. Aufbaustrategie-Fans können sich auf die Anno 1800 Visionärs-Ausgabe zum Spitzenpreis freuen. Sie enthält alle Season Passes und das Deluxe-Paket für 60 Euro statt 119,99 Euro. Außerdem gibt es Assassin's Creed Valhalla für 19,80 Euro statt 59,99 Euro. Oder willst du schon mal die Wartezeit bis zum neuen The Crew Motorfest überbrücken? Dann hol dir jetzt die Gold Edition von The Crew 2 für nur 18 Euro statt 89,99 Euro und starte den Motor. Sagt dir unser Ubisoft-Treueprogramm was? Denn mit nur 100 eingetauschten Units im Ubisoft-Store kannst du zusätzlich 20% sparen.